Royal Fans zufolge zeigt das Filmmaterial einen Wortwechsel zwischen Prinz Harry und Meghan Markle, der ihrer Meinung nach die Herzogin zum Weinen gebracht haben könnte. Königliche Fans haben behauptet, dass Prinz Harry Meghan Markle am 8. Juni 2019 beim Trooping The Color zum Weinen gebracht habe. Damals behaupteten einige königliche Experten, dass das Paar auf dem berühmten Balkon des Buckingham Palace gestritten habe, was Meghan angeblich zum Weinen gebracht habe. In Videoaufnahmen des Ereignisses ist Harry hinter Meghan zu sehen, die sich umdreht, um mit ihm zu sprechen. Das Paar schien einen Wortwechsel zu führen, bevor Meghan ihren Blick mit feierlicher Miene nach vorne richtete. Einige Fans auf X, ehemals Twitter, behaupten nun, Meghan habe emotional gewirkt. Damals sagte der königliche Kommentator Richard Fitzwilliams gegenüber Insider, dass es seiner Meinung nach kein glücklicher Austausch gewesen sei. Er sagte, eines der wichtigen Merkmale eines königlichen Amtes besteht darin, dafür zu sorgen, dass öffentliche Auftritte reibungslos verlaufen. In diesem Fall scheint es sicherlich einen unglücklichen Austausch gegeben zu haben. Hoffen wir, dass es nichts anderes als ein Missverständnis war, aber der Balkon des Buckingham Palace ist nicht der richtige Ort, um auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017